Wir sind sehr stolz als Credit Suisse, dass Alfred Escher unser Gründervatter ist. Wir tragen immer noch in unserer DNA den Entrepreneurial Spirit, den Unternehmergeist, den Alfred Escher verkörperte. We are taking the entrepreneurial spirit of Alfred Escher into the 21st century and aim to find out what the Swiss think. Where does Switzerland stand today? Where should it go from here? And what does progress actually mean? Le progrès sert toujours aller au-delà de nos capacités, aller vers du meilleur, améliorer une situation. Für mich ist Fortschritt in der Gesellschaft das, wenn es wirklich viele Leute gibt, die davon auch profitieren können in einem guten Sinn. Damit Fortschritt überhaupt entstehen kann, braucht es gewisse Voraussetzungen. Und die erste Voraussetzung braucht ein Diskurs. The Swiss Progress Barometer is our way of contributing to this dialogue. Credit Suisse tasked Research Institute GFS Berne with surveying 2800 Swiss voters and 300 opinion leaders. Of the three areas of politics, the economy and society, it is in relation to society that voters show the greatest degree of openness to progress. Für mich ist gesellschaftlicher Fortschritt eigentlich die Sorge der Gesellschaft um den einzelnen. In overall terms, progress is only just regarded as something positive. Fortschritt kann sowohl positiv wie auch negativ behaftet sein. Ich würde mich hier nicht festlegen und sagen, man braucht zwungenermaßen Fortschritt. Fortschritt ist auf jeden Fall positiv, ist auf jeden Fall negativ. Voters reserve most of their criticism for current developments in a changing media landscape. The decline in civil involvement, political polarization and the relocation of jobs abroad. Es ist einfach wichtig, dass man zusammenbleibt, wieso wieder Fortschrittsbewegungen immer verlieren gibt. The greatest degree of openness to progress is actually found in relation to underground transportation. Ich denke, dass Projekte wie Alptransit oder ein Sistema Ferroviario Sotterrano für die Merch transporte sind besonders positiv für die Schweiz. Projekte wie SwissMetro und Cargo Souterrain enjoy broad support among voters as well as opinion leaders. A result that would no doubt have delighted railway pioneer Alfred Escher.